Aufnahme läuft. Und da ist die Gastjuroren hier bei mir, Bruce & Buggy. Vielleicht kennt der ein oder andere, die zwei Spieler noch. Hallo, Bruce & Hallo. Wie geht's euch? Wie geht's aus Buggy? Also Fakt ist, das Spiel macht mir wirklich Spaß. Es ist unbalanced, es ist hard pay to win und wir sind trotzdem voll dabei und Buggy hat noch 48 Tage Premium. Schön. Ich bin ohne Premium, aber ich mach Licht jetzt hier. Und wo, wenn ich fragen darf? Ja, wo denn Buggy? Ich erklär's dir kurz. Ich fahr hier in diesen geilen Busch rein und mach alle Vollidioten auf, die sich hier hinstellen, da hinstellen, hier crossen. Du musst nichts weiter tun, um das reinzunutzen, okay? Okay. Ich glaube, ich habe einen Leopard. Liebe Dusch, habt ihr was gelernt, oder? Wo geht das? Es geht nicht darum, hier irgendwas zu lernen. Es ist ein scheiß Computerspiel, hier lernt man nichts. Es ist mein Busch-Kirrl. Oh? Es ist mein Busch-Kirrl. Weißt, wir haben da beide Platz? Aber wenn sie jetzt da reinhält, die hier... Bitte! Ein Problem, oder wie? Verstanden! Aber es ist auch groß. Scheiß Leid. Gut, Leid. Report mal den D100 Leid. Der Maticor ist von mir f***t. Ähm... 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 Ich bin tot. Scheiße. Ich bin tot. Jaaa. Warum kann er den Maticor? Jünger, weil ich schon tot bin. Au. Ich kann nicht, wo schießt. Ich geh auch. Ich kümmere mich um den, mal. Komm. Nee, tust du nicht. Ich bin tot. Ich bin tot. Der ist gut. Der ist genau richtig angefahren, der Maticor. Jaja. Ja. Also die Stadt schaut nicht so geil aus, Beuys. Ich krieg ihn nicht mehr auf. Ich hab die Grille aufgemacht. Mach sie doch zu. Mach sie doch zu. Mach sie doch zu. Nein. Nimm sie doch Gas. Ich rück mich rein. Die zielt auf mich. Wer schießt, wer macht denn dann nur 300 Schaden? Das ist ja lächerlich. Der Maticor ist wieder offen. Die Grille weiß nicht, dass sie offen ist. Ja, ja, ja. Aber er ist irgendwie... Komm jetzt. Die Grille braucht noch einen. Wir hätten die abgekühlt. Ich. Die steht ja immer noch. Wenn sie wegfährt, geht's auch. Oh man, jetzt fährt der weg. Grille bleibt doch mal stehen. Euer Christian. Was? 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 Ich muss... Ich muss... We loaden. We loaden. Artie könnte ich daran bleiben müssen. Okay, die Artie ist gefallen. Äh, die Stadt ist gefallen. Okay. Alright. Hello, it's time for my lifetime. Wollte ich auch was sagen? Ich hätte es direkt gelassen, was zu bescheid klingt, aber... Nein, das ist mir doch egal, Alter. Ich bin wer ich bin. Was wer ich bin bin ich. Oh, yeah. Ich helfe mal den Kelly-Boy dahinten, um die Stellung zu halten. Oh, da ist noch ein Chief drin. here you see Femin Yoro... also it's Femin Yoro. Hey, was is your command? Hey, is it happening here? went down, Ben Yoro, Bené, notune ready. Ben-να, Ben-na, no. Okay, it was for me. das war es hier kommt die Kavalerie oh mon dieu ich kann das so gut aus ich kann das so wegschmeißen cap 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 nein oh mein god ihr müsst ins cap aber sie checken es wieder nicht zu capten ne wir haben noch jemanden im TS ist der Roger der fährt gerade Single Runden jetzt haben sie gecappt du musst den Anticor killen mein Freund ich brauche dich Bruce ich brauche dich zu nett jawohl er war gut Bruce bravo Daumen hoch dafür komm du ist der Tiger los komm wo hol ihn dir oh ja ah ja und den Klinger kriegst du als Belohnung oh mein Gott passt doch nicht nein cool auf einmal wurde alles rot auf der neuner Linie und dann hat das Team sofort reagiert ne ja wahnsinn wahnsinn ist mir warm ist mir warm jetzt heiß hab nur noch rot gesehen ah ich hoffe das ist das Wasser was du trinkst oh ja komm wir machen noch eins guck mal 2022 unterstützungsschaden hab ich gemacht ja weil ich so reingelonst sehr schön bin ich für mich großartig gut am Anfang war es sehr kritisch ich hab Buggy eigentlich schon tot gesehen aber er ist da nochmal weggekommen er hat ja auch rumgefärbt ich bin tot ich bin tot Hilfe Mama im ersten war ich zuhaut und er hat einmal die Arti dahin gewichst für 300 und das war's ja aber eigentlich stand er auf einer Grille der hat gar nicht mich geschossen ein runder Objekt 140 vielleicht bei mir läuft's heute gut ja ich mach'n Schauber auf 4 ich hab'n 4 ich hab'n 4 ich hab'n 4 ey das ist ein glatter Schnitt Roger willst du mit reinklicken Roger Stufe 10 Stufe 10 ja auch gar nicht ich zieh runter 3 warte 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 genau so nimm das 260 Roger nimm den Schiefen nimm den Schiefen obwohl der ist zu schwach oder ich bin ready 3 2 1 klick sehr spät das kennen wir von Kiel nicht anders ich hab'n nicht reingeklickt äh sehr spät egal das kennen wir von Kiel nicht anders wo sagt er da Siegfried wir sind auf Siegfried wir sind beim Bergpass aber Siegfried ist auch ein guter Kollege ist fast so cool wie Gerd ja der war bei der Bundeswehr der war bei der Bundeswehr deswegen kennt er sich aus mit Panzern deswegen kennt er sich aus Pantach 8 ungetaunt ich bin Tiger Tiger auch wir nehmen jetzt als erstes die Muni mit der schnellen Geschossgeschwindigkeit kleine Tipp am Rande das ist die Standard Munition bei dem bei der Heim der APCR liebe Zuschauer ich hab letzte Woche die Gunmark endlich geschafft auf 140er war ja gar nicht so leicht schnauze na du kleine italiener ich hab vor dass du drei Gunn machst als du 60 machst aber du hast das fast dann sicher oder? ja das dürfte easy sein ganz leicht ich denke auch nicht dass das sind glaube ich nur so 6800 oder 7000 combined jede Runde die ich machen muss ja eben genau das ist das ist kein Problem für dich ist es auch nicht dann ist der Schuss noch so schlecht geämpft mach ihn weil wenn er nicht macht könnt ihr ihn auch nicht treffen ne? irgendwann muss man nochmal schießen um was zu treffen oh nein das ist ein Halter und Kranwagen der meine Kopfhörlosen hat mit Heat der Kranwagen wurde zwar genervt aber diese scheiß Kanone eigentlich oder? hat er einen Schuss gemacht und dann getroffen so weiß ich nicht naja ich mach kein Fehler man sieht liebe Freunde das OPEC 260 doch nicht so stark wenn man weinen sollte sehr gut jetzt fährt Kel vor ich fahre hinterher ich darf mal sehen was er macht von Kel kommt viel lernen er kennt sich aus wie wird die Erfahrung Kel fährt einfach mal Schlangenledie ich habe aber nicht getrunken aber auch schon souverän ne? vor allem die Tarnung man achtet auf diese blaue Tarnung das sieht einfach alles schick aus wie kann man sehen eine sehr aggressive Spielwasser von 705 A in der Mitte ja was machen wir jetzt hier Bruce hast du ne Idee? zusammen sind wir blue and red oh ja wir gucken mal ganz kurz um die Ecke ob uns einer da schöne Schelle verpasst und warte wie war dein Kuckuck? komm jetzt bist du dran jetzt bist du gerade dran ok Kuckuck den Kranwagen können wir vielleicht flankieren das Geld hat einfach mal was gute Ideen ja alright ja die Sau wir haben ja auch Glaubensarbeit geleistet ja jetzt reicht es erstmal ne ja das 268 das kann ich von vorne eigentlich nicht pizieren ja insofern habe ich eine Idee Kale nein achso du ok ich bin weg hier ihr könnt doch hier vorbei düsen oder? nein 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 du bist du wahnsinnig oh mein Gott Keh du kriegst noch eine wahrscheinlich ne 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 wird offen? so wir bauen jetzt die Distanz auf jetzt wiegt er sich in Sicherheit er ist ja auch in Sicherheit nein gut komm wir ach je ist das sinnlos hier ich habe den Kranwagen schon scheinmal die Seestütze zerstört übertreibs nicht ich glaube ich habe noch keinen Schuss ab jetzt verzieht sich 261 ja klar ich hatte Angst vor dir ja ja wo ist das wahrscheinlich ist ja gerade live dabei oder TVP das ist nur wundes Fressi wieder mal zu ich glaube aber er tauscht nur an er tauscht wusste ich es doch was ist denn heute lose ach das ist was ist los mit dem Salzgehalt steigt dann mach sie auf und ich die Pisser rein aber so eine Hüge und Hoppe in einer Beziehung ist ähm das kann süchtig machen äh zu sehr gesagt habe ich jetzt endlich mal eine gegeben aber das Team ist so mausetot äh ich habe 30 Schaden die noch eine andere Stamme von 4? ja ich weiß äh es sind bei 4 doch 1 zu 6 wir laden das andere Video hoch auf haha das ist der Wolf 9 zu 15 er hat ne voraus mit der Probe OHHHHH oh nein jetzt kommt er mit wo wie? wo haben wir mit ihm? ähm WUH ich bräuchte oh mein god ich bräuchte ein Hero we need a Hero wir brauchen Heroes ok das war's für mich aus hier 30 Schaden runter mit dem Panzer? ja ich bräuchte gegen Hölder und Gran war aber nicht zwang I need a Hero wir haben ja noch Jell und Bros die das regeln wir warten wir warten auf die Hinrichtung das war's wuhh dann stoppen wir mal die Aufnahme laden wir mal hoch es ging einfach darum dass wir mal wieder uns getroffen haben so zum gemeinsam lustigen Panzerspielen mhm mhm man hört Bruce hat Spaß wir haben Spaß wir haben Spaß also das lade ich aus perversen Gründen einfach 1 zu 1 hoch ne das ist die harte Realität also ungeschönt ne ich will kein Mitleid Leute tut mir leid ja das ist so ich mein wenn ihr mich supporten wollt dann könnt ihr mal fragen an meiner Paypal Adresse aber ist ok muss nicht so mal sein du hast gar kein Paypal es ist einfach ich will kein Mitleid aber Spenden nehme ich gerne trotzdem entgegen schaut auf seiner Ebay Seite vorbei genau mein Gott auch äh aber Bruce hat das Beste rausgeholt noch aus der Runde ich hab das Beste rausgeholt gut dann wollt ihr noch was sagen zum Schluss zum Schluss tschüss ok also es war schön wieder mal World of Tanks zu spielen wunderschön sogar bis dann